Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Tipps und Tricks Video. Wir befinden uns mitten in Season 3 und es ist jetzt ein Spot aufgetaucht. Was heißt, jetzt ist schon ein bisschen länger her, dass der erstmalig wohl gefunden wurde. Die Besonderheit an dem Spot ist, man findet zu 100% immer mindestens ein lila Körperschild. Ich gehe davon aus, dass Respawn diesen Spot bewusst so eingerichtet hat. Jetzt könnte der ein oder andere denken, dass es ein Fehler im Spiel ist, dass es gepatcht werden müsste. Denke ich nicht, denn der Spot ist mega abgelegen und nur zufällig zu finden. Ganz im Nordwesten findet man diesen Spot am Rand der Map. Ich blende euch die Map mal ein und zeige euch hier mit den Pfeilen den genauen Standort. Ich habe für euch für dieses Video diesen Spot sechsmal besucht. Das schneide ich natürlich als Beweis mit rein, damit ihr mal seht, was man dort noch alles so finden kann. Und ich möchte euch mal meine Statistik sagen, was ich denn alles gefunden habe, mal so ein bisschen zusammengefasst. Von diesen sechs Versuchen war es dreimal so, dass ich nur ein lila Körperschild gefunden habe. Zweimal waren es sogar zwei lila Körperschilde und einmal war sogar ein goldenes dabei. Es sind immer mindestens zwei Waffen dabei, mit denen man sich auf jeden Fall gut verteidigen kann. Und es sind immer Phoenix Kids mehr dabei. Aus diesen sechs Versuchen habe ich insgesamt zwölf Phoenix Kids rausziehen können. Und von diesen sechs Versuchen waren auch zweimal Gegner dabei. Das heißt, wie gesagt, der Spot ist nicht mehr ganz unbekannt. Ich möchte es euch jetzt bewusst zeigen, damit jeder irgendwo die Chance hat, diesen Spot zu erreichen oder auch zu kennen, damit eine gewisse Chancengleichheit besteht. Jetzt schneide ich euch auf jeden Fall mal die sechs Versuche mit rein. Lasst mich in den Kommentaren auf jeden Fall schon mal wissen, was ihr für den Spot haltet. Kanntet ihr ihn vielleicht sogar schon? Wollt ihr keine weiteren Tipps und Tricks und Informationsvideos über Apex Legends mehr verpassen? Abonniert diesen Kanal, Daumen hoch, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Wie gesagt, haut die Kommentarsektion voll, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Rest des Videos. Das war es von mir. Ciao. Ja, ja, trifft das ab, das stört mich nicht. So, ich muss mal gucken, wo die Kisten sind. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung. Okay, das ist Versuchung 1. Okay, 2. Tatsächlich. Das ist ja für den Test auch völlig okay. Okay, 2. Tatsächlich, ja. Versuch Nummer 2. 2 Lila Buddies. So, siehe da. Goldenes Buddy. Im dritten Versuch. Und ist hier noch ein Lila. Schade. Links, rechts, links, rechts. Und links, rechts. Und links, rechts, 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 Untertitelung des ZDF, 2020